Aufflug Hallo Ich hab' ich wieder Rekord eh kann der sieben, ja Hm, hallo Die sieh' ich auch grad voll langweilig, find' ich Lange, weil langweil' ich mich schon so lange Ja Ist einfach ausgelutscht Kalli, Kalli, ich hab's ja auch gesagt Ja, Minen suchen, als Molkater Ja so, Mann Hey, du läufst mit Schkino ins Zelt statt rein, aber es macht BAAAH Und er lacht sich nen Arsch an Aber Kalli, ich hab's dir ja gesagt, ne Ja Wenn ich zurückkomm, war's klar, dass Rico kann der sieben mehr spielt und auch nicht mehr streamen wird Du weißt ja, wie krass der Stream hat hinter Ja, ja, aber es streamt jetzt gar nicht mehr, oder? Ja Was will er denn streamen? Ja, weiß ich ja nicht Ich glaub, Rainbow wird keiner schauen Hat aber glaub ich mal gesagt, hat er jetzt auch nicht mehr so wirklich Bock Na gut, wir haben ja täglich gespielt, Rainbow Ja, eben Oh, Bereich sichern Kann ich mein Cubby nehmen wieder Dann muss ich aber den spielen Obwohl, spiel ich den, oder spiel ich den? Na, ich spiel den Oh, wir gehen Bootsvorräte, bitte Bootsvorräte, ja Bootsvorräte, ja Bootsvorräte, Save-Raum Ja Wenn wir so Gegner haben wie gerade, dann auf jeden Fall Ja, haben wir den da Porky, wir haben da Krusty, wir haben da Der Lammarek, wir haben da LLP Aber wir haben keinen Level 8er wie gerade eben und den Jeremy Krusty, Krusty Und wir haben Kick im Team Okay Aua Kickro Ach Green Force, mal bitte gleich die Wände, die Außenwände Mhm Wie beim Boot, dann kann ich da drüber rennen und schnell meine Bandit-Stacheldrähte hinrennen Ach, ich wollte schon Frage, Lego PC So, dann Reinforcing Reinforcing Ich beendete Ich hätte nur ruhig 3er Reinforcing-Wände nehmen können Was könnten die? Ich hätte nur mehrere Wände zum Reinforcen, also für jeden Ach, für mich sind das schon 2 zu viele ehrlich gesagt Was? Ich wief das nie Ich glaub Ich wief das vielleicht einmal in, keine Ahnung, 20 Matches Warum nicht? Weil ich roame In den Cypher so'n Zeug Ah, du wieder roame Was Unnötiges brauch ich nicht Jaaaa Let's go downstairs Vielleicht sind das auch irgendwelche Leute, die halt irgendwelche Videos schauen von irgendwelchen YouTubern Wo die auch solche Tricks, wo die sich die ganzen scheiß Tricks abschauen Das wär natürlich scheiße Die kommt da, da ist ein Schild gewesen Ich hab sie markiert, also perfekt eigentlich Da läuft einer Da war wie gesagt noch ein Schild und da ist das Schild Vorgarten läuft hoch, Termite Da läuft noch jemand rum Geht jetzt runter Kata Schild kommt näher Oh, da kommen jetzt alle runter Kata, bitte warte bevor du irgendwie einen Peak machst, weil ich will die erstmal auf die sichere Seite lockt Die sollen erstmal gar nicht denken, dass irgendwas schlimmer passieren wird In den ersten paar Sekunden, danach können wir zustürmen Okay Alles klar Okay, da sind vier Leute Wenn ich jetzt vier Oh 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 Kann ich gleich auf Glück hoffen, dass ich einen Headshot gebe Da sind drei Leute davor und ein Schild Oh 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 Kann ich gerade делать? Drei Es sind Ja Ihnen ��liche ich hab sie verlieren die runde können wir noch mal die runde spielen können wir noch mal verteidigen an dem spot sonst geht das nicht oh guck mal hier war da in der hintertür noch einer drei treppe das sind alle drei das ist clever dass alle drei oben rum die klappe aufmachen wollen kann wenn die echt alle oben versucht dazu zu machen die führer sind einfach sicher die brennen sich hierdurch auf der treppe okay karl ist alles ist an dir rechts von dir kommen nach rechts 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 über den gang jetzt rennen rechts rein ich hätte gar nicht rein rushen dürfen war nicht um ja aber es war ich wollte beide mit einem schuss so wieso hast du eigentlich kein c4 drin bei kapkan weiß ich nicht jetzt schicke eine runde was gut ist wenn die jetzt auch hingehen und wir die runde holen dann haben sie zumindest den safespot weg den wir jetzt auch mal um die runde holen sollte eigentlich das ziel für jede runde sein aber ich war wieder am arsch da halt rum ich glaube nicht dass die da sind oder die alle tachanka was ist denn los also ich meine obhörer ist geil und so ist ja auch der beste operiert im spiel aber das sind so viele jetzt näher steht das gewehr von ihm in dem seitenraum ja ich hätte gerne azuki auf der runde hätte ich gewusst dass die da sind ich glaube das andere dach nicht dass sie rausschießen pass auf gläser und nice die werden nicht piken dazu glaube ich glaube so nicht dass sie das machen ich will schauen ob ich ein paar wegfracken kann wow da unten hast du auch gemacht ja ja die fracken hier raus einer down und uns don't don't oh wo an der tür an der chanker down ok gesehen nein nein hab ich ja wie ich da nicht durchschießen kann wie wäre ich ja nicht das gast denn wie aber richtig schlecht also ich war gerade ein bisschen verwirrt selbst von mir selbst weil ich dachte da war ich schon verwirrt den wollte ich von unten im treppenhaus holen aber ich konnte nicht durchs geländer schießen das ist voll abgeplatzt easy es ist doch mehr um die runde das ist wichtig und jetzt gehen wir nochmal da aber diesmal mit mehr skill diesmal mit mehr skill diesmal funktioniert es ja ich habe diesen mode ich weiß gar nicht warum ich es mit bandit probiert habe ich dachte halt so bandit irgendwie seitdem ich mit der mp7 spiel und r2o g drauf gepackt habe ist die warfe ganz nice aber irgendwie auf die entfernung zack die warfe immer noch boah Dave ist da Dave holen Dave voran aber der wird bestimmt nicht mitzocken der hast du rainbow der hast dich weil der im kopfschüsse geht ja ich wollte gerade sagen der hast dich echt nicht mehr wie jetzt nicht mehr komm du kannst dich doch nicht zurückhalten ne ich kenn dich doch ich meine wenn er mich immer in rocket leech play bescheiße ich finde dass bots viel besser sind dass er nächstes mal mit bots spielt die alle alle ich habe für einen stunden den fucking rocket leech sorry ich habe nicht 300 wieder das spielt zack auf borden warum sind wir hier überhaupt ich habe keine ahnung ich habe gar nicht für hier gewartet ich habe gar nicht für hier gewartet ich habe für botsdingen gewartet nur dann dann kalipson keine ahnung ich habe gar nicht für mich gepackt ich habe gar nicht für mich gepackt ich habe mir glaube ich völlig egal nein egal komm der ist peak mal raus vielleicht kann ich dir trotzdem leider ich werde auch peaken wir hätten mehr peaken als man peaken kann in dem spiel überhaupt ich bin der peak meister soll ich mal scheiße sein willst du mich tinkeln? ja das wäre auch das wäre aber nicht scheiße das wäre genug wo aber weißt du triffst mich sowieso ich will einfach mal hier von draußen holen ach das soll es machen weißt du hättest du jetzt nicht geschossen hätte ich dem jetzt ein instant headshot geklickt weil er jetzt zurückgelaufen ist danke kalipson oh das ist IQ die ist jetzt ins nebengebäude gelaufen ja ich habe es gesehen weißt einer ob die hochgelaufen ist also ob die wirklich reingegangen ist nö ich sehe es nicht keine Ahnung mhm gut dass ich da vor zwei Sekunden hingeschaut habe soll ich vielleicht ja ich kann echt nur gleich gut spielen ja ach ja das ist doch nur 3 gegen 3 ich bin nicht ab 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 ab ich bin nicht ab ich bin nicht ab super ich bin nicht ab Hier ist Blackbeard. Der ist draußen zu. Nicht genug Zeit, mann. Also mein Tod war wieder richtig dumm. Meiner auch. Richtig dumm. Weißt du, Blackbeard hängt draußen am Fenster und ich hab aus Versehen mich verklickt und hab geschossen und hab mich voll verraten. Ich guck noch so aus dem Fenster hoch und schieß noch auf Blackbeard. Wie dumm. Ich hab schon noch das Schild drauf, in der Hoffnung, dass es doch irgendwie... Einsicht ist der beste Weg zur Besserung. Danke. Bitteschön. Wo gehen die jetzt hin? Wahrscheinlich da, wo wir waren, aber Bootsvorräte. Kann ich mir vorstellen. Ich hab die Entscheidung mal dumm. Bootsvorräte? Ne, glässt du nicht. Was? Verräte! Was? Nico? Lol. Hallo? Äh, was? Hallo? Manchmal spackt man ein Kabel rum und zieht sich einfach irgendwie raus und... Da. Da. Okay, die sind Bootsvorräte. Ja, sind sie auch. Äh, ja, alles klar. Da geht mir gut. Fahr da nicht rein. Kann man ja in die Garage fahren. Vielleicht machen wir nämlich das gleiche wie ich. Ah, die haben eh keinen Aim. Okay. Egal. Treffen eh nix. Treffen so wie ich. Ja. Jetzt kommt. Wir haben Turm halt, ne? Nice. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass sie echt nicht gemutet haben. Weil das wäre echt schlecht. Ne, gemutete Shaker. Nein! Alter! Alter! Was ist denn denn? Okay. Was war das denn? Was war das denn? Okay, ich geh da lang. Nicht euer Erd! Ey, das ist so... Doch! Ja, Alter. Boah, was war das denn, ey? Weil sich richtig schon auf, dass ich so voll auf dem Kopf war, ne? Und einfach... Alter. Alter. Schlechte Runde, Alter. Boah, du kannst auch wieder in die Runde. Top-Tonne-Clop, ey. Wie kann so einer überlegen, überhaupt drei Kills machen, der da so offen steht? Ach, du willst kriegen einen Assist. Wow. Das müsste halt nicht ein Kill gewesen sein. Ich war so auf dem Kopf drauf. Ich verstehe dieses Spiel manchmal einfach nicht. Das ist so unlogisch. Das ist dumm. Der ist tot, Junge. Bleiben wir mal nicht. Der hat zwei Kills. Ja, mhm. Stehst drauf. Äh, Ash, den müsstest jetzt. Hä, der ist tot? Der ist tot, Junge. Der ist tot, Junge. Der ist tot, Junge. Ich will ihn nicht so mit retten. Ich will ihn nicht so mit retten. Ich will ihn nicht so mit retten. Was ist das denn? Was macht der denn? Alter, ich fühl mich wie wenn ich gegen den Unwilder umgedehnt hab. Alter, das ist tot. Du bist doch ein KI! Okay. Jetzt können wir bitte Brotsvorräte geben. Ey, die Hunde war echt, die hat wehgetan. Mhm. Die hat richtig wehgetan. So, jetzt können wir bitte Brotsvorräte geben. Und nicht in Tower! Boah, ich piss das wieder an, dass das Schadensmodell in dem Spiel so random ist. Weißt du, ich schieße auf den Kopf, der fällt nicht um und kann durch so einen Bug einfach drei Leute voneinander holen. Ja. Durch so einen Bug? Ich lauf nur vorbei und schau nicht. Alles auch lucky von dem. Alter. Ey, der reingesprayt. Und die sind halt direkt vor mir gelaufen oder hinter mir oder sowas. Alter, verwalter. Hinten ist zu. Okay. Mach dir mal die Wände zu. Oh, die Schwestrona. Textdinger. Ist die andere Hervant jetzt nicht gedrinkst? Jabba? Ich mach eine. Genau. Bleib mal bitte Death im Raum vielleicht. So ein bisschen halten, schicken und dann können wir die Runde abholen. Wenn es gut geht. Hier bei mir geht was auf. Genau. Oben die Klappe ist auch auf. Ich hab die Klappe. Guck du auf die Türkalypse. Okay, okay, okay. Fangen wir halt da an. Haben die Twitch? Hinten die Träume hier hoch? Nee. Pfff. Olleu. Das ist nicht euer Ernst. Nee. Das war jetzt nicht, ähm. Zum Safen oben. Und vorne durch die Tür. Wie du ihn gesprengt hast. War keine Absicht. Ich hab's nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Du hast bis direkt vor die Füße geworfen, Mann. Das Blackbird, Blackbird vor euch. Ich mach den Fehler und ich... Ja, was, Chip? Geh nicht drauf. Ich komme, Kalypse. Hm, bitte. Ey, was? Oh, no. Nice. Der letzte weiß auch, wo ich bin. Muss ich geilen. Das will ich mal sehen, ey. Boah, ist das schlecht. Klapp ist oben auf, gell? Auch. Ich weiß, wo er war. Boah, Alter, war das schrecklich. Ja. Das war die schlechteste Runde Rainbow, die ich in dem Spiel je gespielt habe. Die davor war schlimmer. Nee. Boah, ey, gut, dass ich nicht weiter gepiekt hab gegen den, ey. Gut, dass ich kurz von meinen Drohungen runterkommen bin und nicht auf den Peak. Das ist aber echt immer so. Du weißt, du hast keine Chance, aber du weißt, komm, noch einmal pieken kann man und dann stirbt man. Das ist, äh, schrecklich. Gut, eine Runde. Wir gehen auf Verlängerung. Wir müssen auf Verlängerung. Wir haben ja keine andere. Wenn ich nochmal mal auf irgendwie kann spielen, ja. Oh, ey, ey. Gerade nicht so. Wir wollen mal die Scheiße in dem Spiel gehen bei. Oh, ey, ey, ey. Gerade nicht so. Ich fand Dave ist ein Scheiß im Spiel. Dave hat nur immer mad. Dave hat halt immer mad, wenn er durch irgendwelchen ungewöhnlichen Todes stürmt, was ja auch verständlich ist. Also weil Dave ja sowieso immer mad ist, macht das ihn halt noch mader. 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 Ja du, das ist ja verständlich, ne? Oben. Würde ich gar nicht mal so sagen, ehrlich gesagt. Doch. So. Oder? Ja du, ich hab sie gefunden. Okay. Der Jäger, die haben Walkery, die haben Bandit. Klar. Und Rube natürlich. Ja. Könnte klappen. Die Runde. Ich hoffe es. Wir müssen. Ja. Wir können ja nicht einfach sagen, ja okay wir sind jetzt in Führung, easy. Wir müssen die Runde ohne, sonst ist es verloren. Wir müssen jetzt mal ein bisschen taktisch wollen. Soll ich aufschießen? Ne bitte nicht. Das ist gar nicht taktisch. Was? Oh Leute. Jäger in der Garage unten. Was ist diese... Hält am Auto, beiß'n Auto. Wir haben uns gegenseitig. Ja. Ich komm, ich komm, ich komm. Tötest dich aber gleich. Ja. Nice. Okay, GG. Ja, verdorn. Schnell. Dann kriegen wir weniger Minuspunkte. F5. Drück einfach F5. Ja drück F5 schnell. Warum? Kali. Ja. Okay. Warum? Hä? Weil das ein Bug ist. Ey du bist so... Aufgegeben. Ich bock's gleich, wenn ich will, schön. Wir kriegen weniger Minuspunkte. Weil das ein Bug ist. Ich krieg's nicht mehr. Ja, der... 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 Der Mark hat mal irgendjemand mit dem Gegnant-Team genutzt und dann sagt nun bin ich Red und benutze den auch. Ich glaub, wir kriegen jetzt noch so minus 20 oder 30 Minuspunkte. Ja, oder minus 40, das geht auch noch. Noch 7 Matches bis zur Rang vergab. Geil. Noch 7? Ja. Alter, so viel. Dampff.